Erstmal, was ist ein Polygon und was ist ein Multipolygon überhaupt? Ganz kurz, Polygon ist halt irgendwie so ein Dings, das hat eine Boundary drumherum und da gibt es quasi irgendwas, was innen in dem Polygon ist und es gibt was außen Polygon. Das ist immer irgendwie, was Polygonen unterscheidet. Es gibt einen inneren Bereich und es gibt einen äußeren Bereich. Nach der Standarddefinition von Polygonen ist das, was hier nebendran steht, Nummer B, ist auch ein Polygon. Da gibt es einen inneren Bereich, der hier grau ist und da gibt es einen leeren Bereich nochmal drin, der nicht zum Polygon gehört. Also typischerweise im Wald, wo dann eben nochmal ein See drin ist zum Beispiel, dann gehört der See eben nicht zum Wald dazu. Man nennt es, man spricht davon, ein Polygon hat einen äußeren Ring und keine innere Ringe oder einen inneren Ring oder auch mehrere innere Ringe. Also die Ringe ist quasi die Abgrenzung, was den Polygonen von innen von außen trennt. Also wir haben hier ein einfaches Polygon mit nur einem äußeren Ring, ein Polygon mit einem inneren Ring und ein Polygon mit zwei inneren Ringen. Bei Multipolygonen heißt es einfach, ein Multipolygon kann mehrere äußere Ringe haben. Das ist letztlich einfach eine Sammlung von mehreren Polygonen. Das ist sinnvoll manchmal zu sagen, ich habe ein Multipolygon und nicht mehrere Polygone, weil wenn ich jetzt Tags vergeben will beispielsweise, wenn ich sagen will, okay, das ist jetzt das Land Bayern oder sowas, dann kann es sein, dass da irgendwo eine Exklave gibt oder ich habe einen Wald, der aus mehreren Waldstücken besteht, aber letztlich nur einen Namen hat und ich möchte einen gemeinsamen Namen für alles vergeben und ich sage, das sind drei verschiedene Stücke, dann kann ich eben sagen, das ist ein Multipolygon und habe mehrere äußere Ringe. Hier haben wir ein Beispiel für Multipolygone. Auch ein ganz simples Polygon ist letztlich auch ein Multipolygon. So, eins, zwei, drei, geht's? Also auch ein simples Polygon ist letztlich ein Multipolygon, was halt zufälligerweise nur einen äußeren Ring hat. Dann haben wir da bei B ein typisches Multipolygon, was halt wirklich drei äußere Ringe hat. C ist schon ein bisschen ein schwierigerer Fall, da haben wir jetzt zwei äußere Ringe. Man könnte es auch so sehen, als ob das ein äußerer und ein innerer ist, aber ganz strikt die Definition, wie es also die Mathematiker sozusagen verwenden oder die Geografen verwenden, muss man sagen, das ist ein Multipolygon. Und da gibt es lauter genaue Regeln, wie diese Sachen sind, aber wir versuchen natürlich zu verstecken vor den OSM-Leuten. Dass das nicht so eine Rolle spielt. Und was man dann im letzten Bild sehen kann, diese Multipolygonen können auch geschattelt werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich einen äußeren Ring habe und da drin ist dann was ausgeschnitten und da drin ist dann nochmal irgendwas. Also sowas ist dann möglich. Was man manchmal hat, bei mancher Software, ist, dass die Drehrichtung eine Rolle spielt, in welcher, wie ich die Nodes irgendwie setzen muss. Und bei der äußeren Ring müssen sie so rum sein, mit dem inneren so rum oder sowas. Das wird bei OSM nicht verwendet. Das hat manchmal Auswirkungen, aber wir machen das nicht. Das ist aber etwas, was dann die Software wieder irgendwie zusammensetzen muss und rauskriegen muss. Okay, warum war es denn gemeint? Was ist innen, was ist außen? Und das ist manchmal schwierig zu machen, gerade wenn die Daten eben schlecht sind. Ungültige Multipolygone. Hier sind ein paar Beispiele wieder. Oder das sind jetzt ungültige Polygone. Das hier, das Bild hatten wir gerade schon mal, das ist ein gültiges Multipolygon, aber kein gültiges Polygon. Weil ich zwei Stellen habe, wo ich nur einen Punkt habe, wo sich die äußeren Innergrenzen treffen. Das ist nicht erlaubt. Da muss man dann sagen, das ist ein Multipolygon. Und das hat alles mathematische Gründe, da komme ich dann gleich nochmal drauf, warum es da so strikte Regelungen gibt. Sowas geht hier auch nicht. Da habe ich diese Linie hier. Das ist ja die Grenze von dem Inneren unten im äußeren Ring, die hier zusammenfallen. Sowas ist nicht erlaubt. Da müsste ich den einfach rausnehmen. Und da habe ich da einfach gar nichts. Solche Spikes, die irgendwie rausgehen, ist auch nicht erlaubt. Und das hier wieder wäre ein gültiges Multipolygon, aber ein ungültiges, also es ist kein Polygon, aber ein Multipolygon. Weil ich zwei getrennte Bereiche habe. Ungültige Multipolygon, auch das ist kein gültiges Multipolygon. Und auch dieses hier, das ist etwas, was bei OSM viel gibt, dass Leute sowas basteln, ja. Wenn man nicht richtig verstanden hat, wie man Multipolygon und OSM taggt, dass man diese Verbindung dazwischen hat. Da habe ich auch gerade eine Challenge im Moment laufen, um das zu fixen. Und Überschneidungen im selben Objekt sind auch nicht erlaubt. Es gibt so einen Spezialfall, den wir bei OSM haben. Man denke dran, wir haben einen Wald. In dem Wald ist ein Loch. In dem Loch befindet sich ein See und nebendran eine Wiese. Dann kann man, wenn man sich das so überlegt, dann haben wir einen äußeren Ring um den Wald. Und wir haben eigentlich, das Loch ist dieser gesamte Bereich. Also wir haben, um das alles drumherum, müsste man eigentlich den inneren Ring sich denken, für das Äußere des Waldpolygon. Das taggen wir aber nicht speziell, sondern wir sagen dann einfach, wir haben hierfür eins und hierfür eins. Und die Gesamtheit von den beiden ist dann der innere Ring für das Äußere. Das ist ein Spezialfall, was wir bei OSM erlauben, was aber keine sonstige Software irgendwie verarbeiten kann in der Form. Das heißt, wir müssen diese Daten erkennen, diese Fälle erkennen bei der Verarbeitung der Daten, damit normale Software, die jetzt Polygone zeichnet oder sowas, damit zurechtkommt. So, das war jetzt alles so ein bisschen eben die Frage Polygon, Multipolygon, Ringe und so. Das sind so die Begriffe aus der professionellen GIS-Welt, aus der Mathematik oder Informatik oder sowas, welche Begriffe da verwendet werden. Und das sind die Begriffe, die halt außerhalb von OSM verwendet werden. Innerhalb von OSM haben wir die Begriffe so ein bisschen anders. Wir haben Ways und Ways kann geschlossen sein und wird damit zum Polygon. Und zwar zum Polygon, das keine inneren Ringe haben kann, weil da ist ja nirgendwo, ich den inneren Ringen unterbringen kann. Das ist halt, also deckt sich nicht ganz mit diesem allgemeinen Polygonbegriff. Und wir haben die Multipolygon-Relationen, die ein Multipolygon sein können, aber auch ein einfaches Polygon sein können oder sowas. Weil man muss ja nicht mehrere äußere Ringe haben oder sowas, um eine Multipolygon-Relationen zu haben. Und wir haben hier noch diese zwei Fälle. Type Multipolygon ist klar, aber wir haben auch Type Boundary. Und Type Boundary verhält sich sehr, sehr ähnlich wie ein Multipolygon, weil wir letztlich die Fläche eines Landes beschreiben. Also man kann sich vorstellen, wenn ich ein Boundary-Multipolygon habe, wenn ich nicht die Grenze mir angucke, sondern was die Grenze umfasst, dann ist es das Land und letztlich ist das ein Multipolygon. Und gut, also diese beiden wesentlichen Fälle haben wir. Bei den geschlossenen Ways haben wir noch eben die Frage, ein geschlossener Way kann ein Polygon sein, muss aber nicht. Wenn es ein Polygon, dann muss ich die anderen Tags angucken auf dem Ding. Also ich kann zum Beispiel einen Highway haben, was als Tag Highway ist und geschlossen ist, also wie ein Roundabout zum Beispiel, also ein Kreisverkehr. Das ist nicht nur dadurch, dass dieser Weg geschlossen ist, wird er nicht zum Polygon, sondern es müssen zusätzliche Tags das entscheiden. Das ist manchmal sehr schwierig, allgemein mit diesen Daten umzugehen, weil man eben nicht weiß, welche Tag-Kombinationen genau dazu führen, dass was ein B ist. Dafür gibt es dieses Aira-Tag, dass man sagen kann, okay, ich möchte jetzt sagen, auch wenn man es vielleicht so nicht sieht normalerweise, dieses soll jetzt wirklich ein Polygon sein oder gleich nur, wenn man sagt, nee, das hat zwar die Tags, die aussehen als Open Area, aber es soll keins sein. Wir haben etwa zweieinhalb Millionen Relationen mit Typ Multipolygonen und etwa 400.000 Relationen mit Typ Poundary in der OpenStreetMap. Das hört sich erstmal einer ganzen Menge an, aber wenn man dann guckt, wie viele geschlossene Ways es gibt, dann ist das eigentlich gar nichts. Wir haben 270 Millionen geschlossene Ways und die allermeisten davon sind auch wirklich Flächen. 220 Millionen davon sind Gebäude. Das heißt, das ist die große Masse, die wir haben an Polygonen oder Multipolygonen, sind letztlich kleine, ganz kleine Gebäude. Und wir haben auf der anderen Seite aber natürlich auch gigantisch riesengroße Polygone. Die größten Polygone sind teilweise zum Beispiel die großen Seen in Amerika oder ein paar andere sehr große Seen oder zum Beispiel die Grenze von Großbritannien oder die Insel Großbritannien, glaube ich, ist eine der ganz größten, weil die halt eher im Detail gemappt ist. Dreiviertel einer Node sind dafür da, Polygone zu unterstützen. Das heißt, es ist gar nicht mal so, dass irgendwie eine OpenStreetMap nur noch Highways sind oder das ein großer Fokus wäre, sondern inzwischen sind eigentlich die Polygone übernehmen da die Führung. So, typische Polygone. Wir haben also typische Probleme. Wir haben ganz simple Probleme zum Beispiel, dass wir zwei Nodes haben an der genau selben Stelle. Und ich habe jetzt also einen Way vielleicht, der kommt von hier und einen kommt von hier. Und die haben einen gemeinsamen Punkt, aber da ist gar kein Node an der Stelle, sondern es ist nur, das sind zwei verschiedene Nodes, die an der gleichen Koordinate sind. Wenn ich jetzt also das Ding zusammensetze, wenn ich mir das angucke und ein Polygon daraus mache, muss ich erkennen, dass das eigentlich der gleiche Punkt ist und dass das da weitergeht und da nicht irgendeine Lücke ist oder so. Es gibt teilweise auch Ways, die haben gar keinen einzelnen Node drin oder nur einen einzigen Node, was gar keinen Sinn macht. Geometrisch gesehen ist dann keine Linie mehr. Teilweise duplizierte Nodes und Ways, sowas kann auch passieren. Ich habe ein Way und da ist ein Node 1, 2, 3, 4, 5 drin und der dritte und der vierte Node haben die gleiche Koordinate oder ist auch wirklich der gleiche Node drin. Und das muss man rausfinden an der Stelle, weil es sonst nachher bei der Verarbeitung teilweise Probleme gibt. Das sind also kleinere Sachen, die jetzt nicht wirklich tragisch sind. Dann kompliziertere Dinge wie jetzt duplizierte Segmente. Das ist ein ganz typisches Problem. Ich habe hier irgendeinen Wald und den hat jemand getaggt, der nicht wusste, wie ein Multipolygon funktioniert und dass es diese inneren äußeren Ringe gibt und hat deswegen den Weg hier in sich selber zurückgeführt, um so einen inneren Ring quasi zu simulieren, ohne absetzen zu müssen. Und das ist das, was ich Duplicated Segment nenne. Und diese Dinge muss man finden, weil das ist für viele Software, die eben irgendwas mit Geometrien machen möchte, ist das ein ungültiges Multipolygon. Das ist nicht erlaubt. Und das kann dann zu Rendering-Fehlern zum Beispiel führen. Es kann sein, dass die Sachen eben nicht korrekt gerendert werden. Oder auch zum Beispiel, was hier passieren kann, ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich möchte feststellen, wie viel Quadratkilometer Wald habe ich denn in diesem Land. Dann muss ich irgendwie diese Polygon nehmen. Es gibt Algorithmen, die eine Flächenberechnung machen können aufgrund der Koordinaten. Und wenn man denen sowas gibt, dann machen die unter Umständen irgendwelche Murks draus. Dann wird eben das nicht abgezogen als Bereich oder irgendwie sowas. Und das ist so ein Grund, warum es wichtig ist, diese Dinger zu reparieren. Weil manche Algorithmen, Zeichenalgorithmen zum Beispiel, aber eben auch irgendwelche mathematischen Algorithmen, um Flächenberechnungen oder solche Sachen zu machen, mit den Daten sonst nicht zurechtkommen. Also hier in dem Fall ist es sehr einfach. Man muss nur sozusagen dieses Stück hier rausnehmen und dafür sorgen, dass dessen innere Ring und das andere ein äußerer Ring wird. Und das macht auch der JOSM auf Knopfdruck selber. Also wenn man diese JOSM-Create-Multipolygon-Funktion benutzt oder sowas und der sowas vorschmeißt, dann macht die das einfach und die Sache ist erledigt. Anderes Problem sind selbstüberschneidende Ways. Man sieht hier nicht so richtig genau, wo diese Überschneidung ist, aber irgendwo hat da jemand ein kleines bisschen zu weit bewegt und dadurch entsteht so eine Selbstüberschneidung, dass sich also zwei Ringe überschneiden. Und das darf nie sein. Wenn da man eine Überschneidung haben will, dann muss man an der Stelle, wo die Überschneidung ist, auch wirklich einen Node reinsetzen. Und das ist eben jetzt aus so einem OSM-Inspektor. Da kann man dann eben sehen, okay, diese beiden Stücke überschneiden sich und da sind die, da wo die Überschneidung ist. Genau, da muss man eben da hinsohnen und gucken, was ist da und muss das korrigieren. Und meistens geht es auch sehr einfach zu korrigieren, indem man einfach den einen Node löscht oder ein bisschen verschiebt. Offene Ringe, das ist das Ding, wenn es halt nicht geschlossen ist, es ist halt kein Polygon. Ich weiß nicht hier irgendwie, ich habe hier einen Weg, der geht bis hier und den anderen, der geht bis hier. Soll das jetzt verbunden werden und da oben ist der Wald oder soll das verbunden oder mit dem verbunden werden? Keine Ahnung, wie das jetzt zusammenhängt. Das muss man sich als Mapper anschauen. Das sind schwierige Fälle häufig zu fixen, weil ich muss mir anschauen, ich muss überlegen, was könnte da gemeint sein. Auch das ist natürlich was, was auf der Karte überhaupt nicht erscheint, weil ich kann, wenn ich keinen geschlossenen Ringen habe, kann ich keinen Polygon zahlreif, ich kann die Fläche nicht einfärben oder sowas. Dann habe ich so einen Fall mit berührenden Ringen. Das ist was, was eigentlich, also ist grundsätzlich erlaubt. Also ich habe hier diesen Wald, der hier pink eingerahmt ist, das ist jetzt im Yosem einfach ein Screenshot gemacht und da gibt es so einen einzelnen Punkt, wo sich das irgendwie trifft. Und wenn ich mir jetzt die Daten angucke, in Wirklichkeit sehen Wälder nicht so aus. Da gibt es nicht irgendwie zwei Teile, die sich genau an einem Punkt treffen und dann nicht mehr. Also das ist irgendwie, sieht das wirklich so aus? Oder ist das eigentlich, ist das falsch? Ist das eigentlich alles Wald? Oder ist der hier breiter oder ist hier eine größere Lücke? Das heißt sozusagen nicht, dass es falsch ist. Man kann auch sagen, ja, stimmt. Ja, es gibt auch in Amerika, gibt es eine riesige Menge an Naturschutzgebieten zum Beispiel, die sehen wirklich so aus, dass das Naturschutzgebiet wirklich so definiert und ist in komischen Rastern angelegt. Völlig krank. Aber ist halt so, ja, da muss man das auch so mappen. Also das ist kein wirklicher Fehler, wenn es korrekt gemappt ist. Aber das sind so Fälle, wo man vielleicht mal gucken muss, macht das überhaupt Sinn? Das sind häufig Importe, wo jemand irgendwelche minderwertigen Daten importiert hat, die sehr stark generalisiert sind oder sowas, wo man sich gerne vielleicht mal anguckt. Dann haben wir ein Problem mit Roles. Also bei einer Multipolygon gebe ich ja an, welche Roles die einzelnen Member der Relation haben. Und es gibt eigentlich nur zwei wirklich korrekte, das sind Outer und Inner. Was es auch noch sehr, sehr viel gibt, ist, dass es gar nicht angegeben ist. Da habe ich jetzt mal einen grünen Haken dran gemacht, weil ich gesagt habe, okay, das sind so viele, da leben wir erstmal damit, dass es nicht angegeben ist. Es wäre schön, wenn die angegeben sind, es wäre schön, wenn die richtig sind. Aber grundsätzlich können wir diese Multipolygone auch, also die Software existiert und kann das eigentlich recht gut auch feststellen, was innen und was außen ist. Es wäre schön, wenn es korrekt gemappt ist, weil ich dann zum Beispiel, wenn ich im Jossen nur einen Teil von einem Multipolygon runtergeladen habe, dann kann er trotzdem es richtig einfärben. Wenn ich nur einen Teil habe, kann ich sonst nicht feststellen, wo innen und außen ist. Aber es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel manchmal gibt es einen Labeltag an einem Multipolygon. Ja, das ist dann ein Node-Member typischerweise, weil irgendjemand gedacht hat, müsste den Label dort hinsetzen. Keine Ahnung, ob irgendeine Software das ausnutzt. Ja. Ist das Mikro an, ja. Label ist ja meistens bei Boundary wichtig. Wenn ich jetzt überlege, Berlin-Brandenburg, die Mitte von Brandenburg, also wenn man jetzt Brandenburg als Boundary nimmt, wäre, ich sage mal so, würde man das wirklich mittig setzen, genau in der Mitte, wo Berlin eigentlich als Label erscheinen würde, das Wort Brandenburg. Das ist natürlich ungünstig und deswegen ist eigentlich Boundary dieses Label wichtig, dass man sagt, man setzt das da drüber oder da drunter hin, da gibt es dann irgendwo ein Node. Gibt es irgendeine Software, die das auswertet? Das weiß ich eben nicht, ob ich sie auswertet. Ich habe es nur immer gesehen, dass es so gemacht wird, dass man das entsprechend dann positionieren kann für diesen Fall. Im Prinzip ist es eine legitime Idee sozusagen, das zu machen, dass die Frage, ob es irgendwie dahin gehört oder ob man es anders mappt oder was auch immer, vor allem ist die Frage, wer es nutzt. Und das wäre mal die interessante Frage. Soweit ich weiß, haben wir früher im internationalen Stil die Label Notes verwendet, mittlerweile aber nicht mehr und eigentlich ist das Verständnis auch, dass die nicht wirklich zum Labeling dienen sollen, sondern sagen sollen, wo ist das konzeptionelle Zentrum von diesem Polygon. Wenn du zum Beispiel eine Stadt hast, die als Polygon gemappt ist und deren Zentrum ist nicht unbedingt dort, wo die geometrische Mitte von dem Polygon ist und dass man das damit zusätzlich mappt. Ich habe da teilweise auch Center als Role gesehen. Das ist so eine Sache, das ist irgendwo nicht recht klar und ist jetzt auch ein Nebenkriegsschauplatz, sage ich jetzt mal. Aber das sind sicher Sachen, die man auch weiter diskutieren könnte. Also ich wollte hier jetzt nochmal dazu sagen, dass mit den Labels, das ist ein relativ kompliziertes Problem, vor allen Dingen auch bei Städten mit den Zentren. Ich weiß, dass sich da der Thomas, Thomas Govron, vor einem halben Jahr mal sehr intensiv mehrere Wochen Zeit investiert hat, da mal Dinge zu fixen, weil er auch Probleme hatte beim Darstellen auf Karten. Also das ist wirklich nochmal eine ganz eigene Topic, die man vielleicht auf der nächsten Konferenz oder heute Nachmittag nochmal detaillierter besprechen kann, wenn er auch mit dabei ist. Was ganz klar ist, was wir nicht haben wollen, ist sowas wie jetzt Outer mit Großbuchstaben oder Outline oder sowas, wo Leute einfach falsche Sachen reingemacht haben, weil sie es nicht ganz verstanden haben oder sowas. Also diese Dinge ist auch sinnvoll zu reparieren und auch anzugucken. Manchmal sind da interessante Informationen drin, die vielleicht eher in den Tag reingehören oder sowas. So, das war jetzt das eine Problem. Wir haben lauter verschiedene Varianten, wie man Multipolygone oder auch normale Polygone, also ein Closed Way, wie man die falsch taggen kann, und wie man die falsch geometrisch bauen kann. Das ist das eine große Problem. Das andere große Problem sind die All-Style-Multipolygone, das sind welche, wo die Tags nicht auf der Relation sind, sondern auf den Outer Ways. Und da gibt es, also es gibt eben diese beiden Varianten derzeit, wie getaggt werden kann. Die neue und korrektere Art ist auf der Relation, weil die Relation beschreibt ja das gesamte Objekt und deswegen gehören da auch die Tags hin, die beschreiben, was das gesamte Objekt ist überhaupt. Und der äußere Weg, der kann auch unter Umständen Tags haben, aber das sind nicht Tags für das gesamte Objekt, das gesamte Multipolygon, sondern das sind welche, die nur den Weg beschreiben. Also der typische Fall wäre jetzt, ich habe einen, sagen wir mal, einen Park, dann ist der, der als Multipolygon getaggt ist, dann ist der Tag, die Tags für den Park, der Name des Parks oder dass es überhaupt eben Leisure Park ist oder was auch immer, die gehören auf die Relation, das ganze Ding. Und dann ist vielleicht ein Teil dieses Parks mit einem Zaun oder einer Mauer abgetrennt und man möchte jetzt auf dem Way, der den Rand beschreibt, an der Stelle, wo jetzt eben dieser Zaun ist, möchte man einen entsprechenden Tag auf den Way drauf machen, der sagt, da ist ein Zaun. Der betrifft dann eben aber nicht das ganze Ding und der betrifft, sondern nur dieses linienförmige Element eben, wo der Way ist. Das ist, und das kann man nicht vernünftig auseinanderhalten, wenn man die Vays taggt mit den Sachen, die für das Ganze gelten. Und das ist sehr, sehr verwirrend und es gibt lauter verschiedene Varianten dann noch, Untervarianten, wie man das genau taggen kann. Es wird immer komplizierter, wenn man mehrere Vays hat, mehrere Outer Vays hat und manche haben das Tag und manche das und so. Und die Software ist immer komplizierter geworden, die versucht, diese Sachen auszuwerten. Und da haben wir jetzt mal gesagt, das geht nicht, wir müssen das loswerden. Wir müssen ein einheitliches Tagging einführen, um das zu machen. Ein besonders dover Fall sind die inneren Ringe mit gleichen Tags. Auch das gibt es. Also der äußere Way ist als Wald beispielsweise getaggt und der innere Way ist auch als Wald getaggt. Das kommt halt aus der Zeit, wo man diese Konstruktion hatte, dass man den äußeren Way hatte und dann in den inneren reingegangen ist und wieder zurück, den wir vorhin gesehen haben, wo ich dieses doppelte Segment habe da. Zu der Zeit war natürlich der innere Bereich auch, als Wald getaggt. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, das so zu machen, weil ich letztlich dann ja sage, ich habe den inneren Bereich, das ist nochmal ein Wald, der äußere Wald und alles ist Wald. Aber den Fall gibt es und der Fall muss von der Software speziell behandelt werden. Und das ist sehr, sehr aufwendig, diese Behandlung zu machen. Man muss eben rauskriegen, was könnte der Mapper gemeint haben. Und das andere Problem, was das hat, ist, nehmen wir an, ich habe jetzt hier so einen geschlossenen Way und der ist getaggt als Wald. Jetzt muss ich alle Daten durchgehen, die ich habe und feststellen, oh, das ist aber ein innerer Way in einem äußeren Way, der die gleichen Tags hat, die in der Relation zusammengefasst sind. Das heißt, in dem Fall ist es gar nicht gemeint. Das ist gar kein Wald. Ich kann also den Way erst dann als Wald zeichnen, wenn ich alles andere durchgegangen bin und festgestellt habe, in dem Fall meint er das aber gar nicht. Das ist gar kein Wald. Und das ist von der Verarbeitung sehr, sehr aufwendig natürlich. Was wir erreichen, wenn wir diese All-Style-Multipolygone loswerden und insbesondere auch diese komischen Extra-Fälle, dass wir jedes Objekt für sich betrachten können. Das heißt, ich kann eine Datei mit OSM-Daten durchlesen oder eine Datenbank durchgehen und kann das erste Objekt mir angucken, kann das zeichnen, das zweite Objekt angucken, kann das zeichnen und so weiter. Und ich muss nicht mehr irgendwelche komplizierten Sachen mir merken und hin und her machen. Und das ist eigentlich der wesentliche Grund, warum wir jetzt darauf kommen, dass wir das jetzt fixen müssen. Da ist, ja, und da sind wir auch dabei, einige Software umzustellen. Mal gucken, ob ich noch eine Folie davon habe. Ich gucke mal, ich weiß gerade gar nicht. Gut, erst mal hier, hier haben wir so einen Fall mit Problemen, die entstehen können. Also wir haben zwei Objekte hier. Wir haben ein äußeres Objekt, sagen wir mal, ein Wald, der hier grau gekennzeichnet ist und wir haben innen drin ein See, der hier so grün ist. Wenn ich die beiden sauber, wenn ich die beiden sauber eingetragen habe, dann hat mein äußeres Objekt eben eine Lücke, ein Loch drin und mein inneres Objekt hat genau die Größe von dem Loch und es wird korrekt gezeichnet. Es spielt keine Rolle, ob ich jetzt das äußere Objekt zuerst zeichne oder das innere Objekt zuerst zeichne. Dadurch, dass es ein korrektes Loch ist, kommt es immer korrekt raus. Wenn ich aber eine Situation habe, wo jetzt zum Beispiel hier das äußere Objekt keine Lücke hat und ich zeichne es in der Reihenfolge das äußere Objekt zuerst und das innere Objekt drüber, dann sieht es korrekt aus, weil es drüber gemalt worden ist. Aber wenn es in der anderen Reihenfolge gemalt wurde, dass erst das gemalt wird, also das ist die Situation hier unten, ich male erst das und dann male ich das ganze andere Ding oben drüber, dann sehe ich nur das und die Daten verschwinden hier. Also deswegen ist es wichtig, dass die Sachen auch korrekt sind, weil es mal sein kann, das was auf der Karte richtig erscheint, aber nur zufälligerweise, weil ich halt durch irgendeine Zufälligkeit in der Software das eine Objekt zuerst zeichne. Da kommt es hin, Layer 1. Das ist natürlich die schlimme Korrektur, wenn man dann sagt, man macht einen Layer rein. Das ist dann wieder, da kommen dann andere Sachen rein, ob es hilft oder nicht und es kann natürlich auch sein, dass es auf der einen Karte funktioniert, aber auf der anderen nicht, weil jemand ein bisschen andere Software einsetzt oder ein bisschen einen anderen Style hat oder sowas. Deswegen ist es wichtig, dass man diese Sachen korrekt macht und diese Löcher richtig ausschneidet. Gibt es Fälle von legitimen Polygone auf anderen Polygonen? Ja, die gibt es. Also das ist auch immer wieder so eine Sache, die schlecht in OpenStreetMap, sage ich, ist mit unserem Tagging-System. Es gibt Fälle, wo man ganz klar sagen kann, Polygone dürfen sich nicht überschneiden. Zum Beispiel, wenn ich einen Nadelwald habe und einen Laubwald, dann kann ich die nicht überschneiden. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also Objekte gleicher Art dürfen sich nicht überschneiden. Aber wenn ich jetzt beispielsweise habe einen Park, wo ich sage, das ist also der Innenpark oder irgendwas, der hat einen Namen und so weiter und da ist ein See drin. Also Leisure gleich Park und da ist irgendwas drin, was als Water Lake getagged ist oder sowas, dann ist das völlig in Ordnung, weil der See ist ja Teil des Parks. Der ist zwar nicht grün, da wächst kein Gras, da ist Wasser, aber er ist Teil dieses Parks. Und wenn ich jemand sage, wir treffen uns am See im So-und-So-Park, dann wird er mir nicht sagen, ja, nee, der See ist ja gar nicht im Park drin, sondern der See ist Teil des Parks. Oder wenn ich jetzt ein Gebäude habe, was in einem Land-Use-Residential drin ist, da mache ich ja nicht einen Ausschnitt aus dem Land-Use-Residential, wo ich das Gebäude hinsetze, sondern es ist völlig in Ordnung, dass das Gebäude da drin ist und das ist Aufgabe dann zum Beispiel der Leute, die die Styles machen, dass sie dafür sorgen, dass die Gebäude gezeichnet werden, nachdem Land-Use gezeichnet wird. Das ist so ein bisschen unerheilig, es ist sehr schwer zu erkennen im allgemeinen Fall, was sich überschneiden darf und was nicht. Dieses hier? Nein. Das ist sowas, was man ab und zu mal sieht, aber ich habe keine Statistiken drüber gemacht. Also ich habe im Moment jetzt den Fokus auf dem Fixen von den kaputten Geometrien und den All-Style-Sachen, aber das ist was, was man sicher auch danach mal angehen könnte. Ganz kurz, es gibt noch Pizza und zwar um halb eins erst, weil die Sache nicht funktioniert. Okay. Gut, also ja, sehe ich aber, also diese Überschneidung von Flächen, das ist was, was ich auch gerne mal irgendwann angehen könnte. Aber erstmal müssen die Flächen auch geometrisch korrekt sein und dann kann man damit umgehen. So, andere Probleme, wir haben zum Beispiel Probleme mit dem Geocoder, wenn jetzt ein Land nicht korrekt ist, also ein Boundary von einem Land irgendwie nicht korrekt ist und ich suche jetzt nach der Stadt Passau in Bayern und Bayern ist irgendwie nicht korrekt eingetragen, dann wird der Passau nicht in Bayern finden, sondern wird denken, dass Passau in Österreich ist oder so und dann, oh Gott, das könnte sehr schief gehen. Also das ist ein Problem, was man immer mal wieder sieht, dass der Nominatin plötzlich Sachen nicht findet oder sowas, ja, weil ein Boundary kaputt gegangen ist, die haben da auch entsprechende Methoden in der Software, dass diese Sachen nicht mehr passieren oder nicht so oft passieren. Aber das ist so eine Sache, wo man vielleicht nicht dran denkt und das sieht man auch in der Karte vielleicht nicht, weil die Grenze selber sieht noch korrekt aus, aber wenn sie irgendwo nicht geschlossen ist oder so, wird das nicht richtig erkannt. Was ich schon erwähnt habe, ist, viele Geometrie-Algorithmen funktionieren nur mit wirklich korrekten Geometrien und das Ganze ist halt auch kompliziert für einen Mapper. Wenn ich jetzt irgendwo Daten sehe, die leicht kaputt sind, frage ich mich immer, okay, steckt da eine Absicht dahinter? Muss das vielleicht so sein? Gerade als neuer Mapper verstehe ich vielleicht diese Komplexität nicht und gerade eben den All-Style-Multipolygonen. Gut, und bei der Datenverarbeitung habe ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt, wir haben also, hat es einen großen Einfluss auf die Ressourcen, wie korrekt die Sachen sind. Eine Sache, die OSM zu PGSQL jetzt immer gemacht hat, ist, es hat die Daten, die es, also wenn es Polygone verarbeitet hat, hat es kontrolliert, ob die korrekt sind und wenn sie nicht korrekt sind, hat es eine recht aufwendige Operation darauf angewendet, um die korrekt zu machen. Und es hat einfach sehr viel Rechenzeit gekostet, sehr viel Verarbeitungszeit und das können wir in der großen Ordnung einfach nicht immer machen. Es wird für alle langsamer dadurch und deswegen sind wir dabei, die Software umzustellen auf was, was mit vielen Fehlern eben nicht mehr zurechtkommt oder dann gleich sagt, okay, da ist ein Fehler, zack, weg damit und es gar nicht mehr anzeigt und nicht versucht, das irgendwie zu korrigieren, diesen Fehler, was manchmal eben auch klappt und manchmal nicht klappt. Gut. So, was machen wir dabei? Automatisch reparieren ist die Frage, wäre natürlich schön, wenn wir sagen, na, wir haben ja einfach irgendeine Software schreiben, die fix das alles, aber das ist so ein Beispiel, da kommt jetzt hier an, ich habe zwei offene Ringe, da ist die Frage, gehören die so zusammen, gehören die so zusammen oder gehören sie so zusammen? Im schlimmsten Fall habe ich dann noch eine zusätzliche Überschneidung da produziert, also ich habe den Fehler noch viel schlimmer gemacht. Es gibt Sachen, die man automatisch reparieren kann, aber die allermeisten Sachen kann man nicht automatisch reparieren oder zumindest ist es so, selbst wenn man es könnte, zeigt es häufig an, wenn ich einen Fehler habe, dann ist es eine Stelle, wo häufig auch noch andere Fehler sind. Es ist gut, man guckt sich das an mal und sagt, stellt fest, okay, das war von vornherein Unsinn, der Wald existiert an der Stelle gar nicht mehr oder solche Dinge. Also automatisch reparieren, wie finden wir überhaupt was korrekt ist, das wissen wir nicht. Wir haben häufig dann eben mehrere Fehler, die sich irgendwie gegenseitig beeinflussen, sehr schwierig automatisch zu erkennen, was da ist und es häufig eben ein Anzeichen für ein größeres Problem. Also ich sehe es eigentlich nicht. Es gibt einige sehr definierte, klar definierte kleine Fälle, wo man vielleicht automatisch reparieren kann. Vielleicht gibt es auch Fälle, wo zum Beispiel Importe, wo eine große Menge an Daten importiert wurde auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die im ganz typischen Fehler, der genau da auftritt, da gibt es vielleicht Fälle, aber ich sehe das als keine große Sache. Sondern wir brauchen, wir machen das händisch, wir müssen diese Dinger durchgehen, da brauchen wir Werkzeuge zu. Da habe ich viel daran gearbeitet in den letzten Monaten. Es gibt diese OSM-Area-Tools, damit kann man alle möglichen Fehler, also OSM-Daten verarbeiten und Polygone bauen, damit kann man alle möglichen Fehler erkennen und so weiter. Und ich habe jetzt diese Webseite-Area ja auch in topf.com mal auf meiner persönlichen Seite sozusagen da einen Bereich geschaffen, wo ich die Ergebnisse jetzt zum Beispiel von dieser Software, die ich geschrieben habe und anderen darstelle und wo man sieht, welche Probleme es gibt und wo ich beschreibe, welche Sachen man fixen kann. und es gibt eine Karte, wo man jetzt zum Beispiel sehen kann, eben mit den All-Style-Multipolygonen, wo die sind. Da kann man hier diesen Dings hier in der Mitte kann man hin und nach links und rechts schieben und sieht dann den Kartenvergleich. Das sieht man in der Zoom-Stufe jetzt nicht, aber wenn man weiter reinzoomen, sieht man eben, okay, wie sieht die Karte jetzt aus auf der linken Seite und auf der rechten Seite. wie würde die Karte aussehen, wenn ich keine All-Style-Multipolygone mehr verarbeite und dann sieht man halt, okay, dann gibt es halt ein paar Wälder, die nicht mehr erscheinen oder solche Sachen und was hier jetzt rot gezeichnet sind, sind also all die All-Style-Multipolygone. Der Screenshot ist schon ein paar Tage alt. Inzwischen sieht das ein ganzes Stück besser aus. Also gerade hier in Südeuropa und Osteuropa haben also Leute massiv gefixt schon. Das geht ganz gut voran. Der OSM-Inspektor bekommt auch von mir jeden Tag aktualisiert die Fehler, die man in diesem Area-View sehen kann. Das sind also all die verschiedenen Spezialfälle, diese duplizierten Segmente und die Überschneidung und so weiter, die ich versuche da eben automatisch zu erkennen und rauszuziehen. Und ich bin jetzt dabei, seit fünf Wochen, sechs Wochen oder sowas immer wieder Map-Roulette-Challenges zu bauen, wo ich ganz spezifische Fehler raushole, genau beschreibe dann, okay, das ist der Fehler, so muss er gefixt werden oder sage, es gibt hier den Fehler und da gibt es drei typische Möglichkeiten, was da wahrscheinlich schiefgelaufen ist und der eine oder andere kann man nehmen, um die Sachen zu fixen und wo eine ganze Menge Mapper schon sehr aktiv da durchgehen und Sachen machen und da sind schon Zehntausende von Problemen gefixt worden. Das ist jetzt hier zum Beispiel so ein Fall, da sind also zwei Flächen hier und die sind durch eine Linie verbunden, die eigentlich so nicht existiert, die man also wegnehmen muss und ein richtiges Multipolygon daraus machen muss beziehungsweise was man in dem Fall wahrscheinlich hat, das sind ja nur irgendwelche Flächen, die gar keinen Namen oder sonst irgendwas haben und da kann man sinnvollerweise zwei getrennte Polygone daraus machen. Auf der Webseite sind auch Statistiken drauf, die eben die verschiedenen Fehler anzeigen und da kann man sehen, also was schon gemacht worden ist, das läuft seit Juni letzten Jahres und man sieht, das ist relativ flach, ab und zu gibt es mal Ausreißer, da hat irgendjemand irgendwelchen Murks importiert oder sowas und die Data-Working-Gruppe dann wieder aufgeräumt und dann, als ich dann massiv angefangen habe, eben diese Challenges zu machen und das Ganze zu bewerben und so sieht man, wie die Zahlen runtergegangen sind. Also das sind wirklich, da waren wir dann bei 40, 45.000 oder sowas und jetzt sind wir auf unter 20.000 runter. Also da ist schon mal eine ganze Menge gefixt worden und da braucht man natürlich Hilfe. Wie gesagt, OSM-Inspector, Map-Rolletas, OSMOS hat auch eine ganze Menge solcher Multipolygon-Check-Sachen eingebaut, schon immer. Und der JOSM-Validator kommt natürlich auch ganz nützlich als. Und hier sind jetzt die Links nochmal. Also das ist eigentlich die interessante Seite, wo man dann auch Links auf all die weiteren Informationen findet, auch nochmal eben ausführliche Erklärungen, wo die verschiedenen Probleme sind und sowas. Nochmal zurück zur Software. Wir sind dabei, jetzt gerade OSM2P-GSQL umzubauen. Also die Maintena von OSM2P-GSQL haben den Code, der diese Multipolygon-Verarbeitung immer gemacht hat, rausgerissen und ersetzt durch den Code aus meiner LibOsmium-Library zum großen Teil, die eben Old-Style Multipolygone verarbeitet. Also das ist jetzt noch drin, aber die bei vielen Fehlern eben sagt, ich versuche nicht, diesen Fehler zu reparieren irgendwie, sondern einfach sagt, ich schmeiße das Ding weg und das existiert nicht mehr. Und die Software ist jetzt in der Master-Branch drin, also in der Vorversion, das ist noch nicht released und das wird auch jetzt noch eine Weile dauern. Aber das ist jetzt eben auch die Gelegenheit zu sagen, wir müssen hier diese Sachen fixen, damit sie dann, wenn wir die Software-Version umstellen und wenn wir auf die neuere Version umstellen, dass dann nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen irgendwie größere Mengen der Daten verschwinden von der Karte. Und uns ist natürlich auch ganz klar, also wir machen, also die werden nicht die Software aktualisieren, dann nicht die neue Version nehmen, wenn wir nicht vorher genug Sachen gefixt haben. Wir wollen natürlich nicht irgendwie unsere Daten hier zerstören, sondern wir werden gucken, okay, wann sind diese Kurven, die wir in der Statistik sehen, wann gehen die so weit runter, dass wir sagen, okay, jetzt ist ein sinnvoller Zeitpunkt, dann irgendwann da auf die neue Software zu wechseln. Und ich bin auch im Gespräch mit lauter anderen Leuten, die eben auch diese Software verwenden. Ich habe mit Dirk Stöcker zum Beispiel, deswegen ist da im JOSM dieser große Banner drin, weil der Dirk ist der Maintainer vom JOSM. Da hat sich auch an mich gemerkt, er hat gesagt, ey, super, dass du das machst. Und das hat mich schon immer alles geärgert, wie kompliziert das alles ist. Und da kann man JOSM viel einfacher machen. Und er findet das gut und unterstützt das und macht deswegen diesen großen Banner in JOSM rein, damit diese Aktion bekannter wird. Und ich habe auch mit anderen Leuten eben geredet, die Software machen, die mit OSM-Daten umgehen und die alle sehr froh sind, dass das da mal vorangeht und dass wir diese Sachen fixen und ihre Software deswegen einfacher und schneller wird. Gut, das ist mal so mein Dings, was ich dazu sagen will. Ich bin sicher, ihr habt irgendwelche Fragen und Anregungen und Ideen da. Wahrscheinlich werden solche Fehler immer wieder auftauchen von neuen Evitierern. Das heißt, wo ist die Überwachung? Mal so auf das Mikrofon. Nachdem immer neue dazukommen, wird man wohl die Überwachung auf ewig laufen lassen müssen. Ja. Das fixen auch. Also das ist sicher richtig. Das Problem geht nicht weg. Wir haben, wenn wir die Kurve angucken, bin ich da aber relativ optimistisch, weil über die Zeit, jetzt das halbe Jahr sozusagen, wie diese Kurve läuft, geht diese Kurve hier nicht wesentlich hoch. Ja, so die schwankt so ein bisschen, aber ist relativ gerade. Aber die Anzahl der Polygone, die geht ja immer weiter hoch. Die Leute legen ja immer mehr Daten an. Das heißt, ich bin relativ optimistisch, dass vieles davon Altlasten sind, die aus Zeiten noch sind zum Beispiel, wo wir gar keine Multipolygone hatten, also wo wir das gar nicht machen konnten, weil wir noch keine Relationen bei OSM hatten. Oder aus Zeiten, wo die Editoren noch nicht so gut waren wie heute und das nicht unterstützt haben und es viel schwieriger war, die Sachen anzulegen. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass wir heute, wo wir gute Software haben, im JOSM und ID und so weiter, die wissen, wie sie mit diesen Polygonen umgehen, dass wir nicht mehr so viele schlechte erzeugen, wie wir das früher getan haben, sondern dass wir, wenn wir einmal die Altlasten beseitigt haben, dass wir dann einen besseren Stand haben. Natürlich wird es auch immer wieder passieren, dass Sachen dazukommen. Wir können das nicht vermeiden, aber wir haben das als ein Argument. Das andere Argument ist, dass wenn OSM2P-GOSQL, der ja die Karte macht oder auch der Standardstil, also wenn diese Sachen, die wir Mapper benutzen, um zu verifizieren, ob die Daten, die wir editiert haben, ob die auch richtig aussehen, wenn die diese Sachen nicht mehr anzeigen, dann ist natürlich ein Feedback da, dass die Leute zeichnet, irgendwas eingucken, ist nicht auf der Karte und dann melden sie sich im Forum und sagen, ich habe da vor drei Tagen geändert, das erscheint immer noch nicht und dann wird ihnen vielleicht jemand erklären, was sie da falsch gemacht haben und dann haben sie was gelernt und dann passiert es vielleicht nicht mehr so viel. Also das ist meine Hoffnung, aber es ist klar, dass wir letztlich auf ewig diese Sachen weitermachen müssen, dass wir weitergucken müssen, was können wir zum Beispiel in den Editoren verändern, um das noch einfacher zu machen mit Daten, um es noch schwieriger zu machen, schlechte Daten zu erzeugen. Ich habe da auch so ein bisschen Hoffnung, wenn wir, also im Moment, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler mache, dann sehe ich das an dieser Kurve, sehe ich das nicht, weil das sind 50.000 hier oben. Wenn wir mal runter sind und irgendwo uns da mal bei so ein paar hundert Fehlern bewegen oder sowas und ich editiere jetzt massiv in irgendeinem Bereich, mache irgendwas, dann sehe ich an der Kurve, dass da was nicht stimmt und dann kann auch jemand eingreifen. Das heißt, ich sehe beispielsweise, ein typischer Fall sind Leute, die Importe machen, so kleine Importe, was sonst so häufig unterm Radar geht und einfach mal sagen, na, ich habe für meinen Ort hier irgendwie eben mal 1.000 Gebäude importiert oder sowas und die machen dabei was falsch. Das geht unter bei 50.000. Aber wenn die bei den 1.000 eben 200 Fehler eingebaut haben, wenn die Kurve weiter unten ist, dann sehe ich diese Dinge und kann unter Umständen eingreifen. Also das ist meine Hoffnung, dass die Werte, die absoluten Werte so weit runtergehen, dass man relative Änderungen sehen kann und dann eingreifen kann und dass die Community auch, wenn ich da stehe und sage, okay, das sind 50.000 Fehler, setze ich mich dann hin und fange gerne an zu fixen. Habe ich das Gefühl, das ist eine Sisyphusarbeit, komme ich zu nichts. Aber wenn ich sehe, okay, das sind 100 Fehler, da sagt jemand dann mal schnell, okay, die kriege ich an einem Wochenende gut gefixt. Und das ist ja auch ein bisschen das, was man jetzt sieht. Wenn die Leute erstmal anfangen und sehen, da ist eine Bewegung drin, ja, ich bin nicht allein, es sind andere, die helfen mir und wir kriegen zusammen diese Kurve ernsthaft nach unten, und das motiviert natürlich auch zu arbeiten. Gut. Du wolltest noch was sagen, Christoph? Ja. Das hat sich eigentlich erübrigt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wenn die Sachen, wenn sie kaputt gehen, tatsächlich aus dem Stadlerstil wegfallen, dass das einen enormen Feedbackmechanismus darstellt. Wir sehen es jetzt selbst bei den Küstenlinien, wo das Feedback sehr verzögert ist, dass das eben bewirkt, dass die Leute die Fehler fixen. Und dort wird es dann halt viel unmittelbarer der Fall sein, weil das tatsächlich im Live-Update drin ist. Es ist auch wirklich, also es gibt eine ganze Menge Leute, die wirklich regelmäßig, bei den Küstenlinien sieht man das, die jeden Tag hingehen und sich die kaputten Küstenlinien angucken und die reparieren. Und so, und nicht nur da, sondern es gibt, wenn man im OSM-Inspektor eben schaut, findet man immer wieder Bereiche, wo deutlich weniger Fehler sind als in anderen oder gar keine, weil es offensichtlich lokale Mapper gehen, die sagen, okay, mein Bundesland oder sowas, bestimmte Arten von Fehler, gucke ich regelmäßig rein und fixe die. Wir haben noch einen anderen Effekt und zwar, ich weiß nicht, wer die Potlatch-Software noch kennt, die heute nicht mehr viel verwendet wird, aber noch ein bisschen verwendet wird. Potlatch 2 kann nicht mit Mu-Style-Multipolygone umgehen, sondern kann nur All-Style-Multipolygone korrekt anzeigen. Und das ist natürlich doof. Es gibt schon noch ein paar Leute, die das benutzen und das hat jetzt aber auch den Entwickler motiviert, diese Aktion da mal ranzugehen und der ist ja gerade dabei, da die Software zu ändern, sodass dann vielleicht auch da einfach, also gerade bei den Geometriefehlern und so, da werden wir nie ganz von wegkommen, aber diese All-Style-Multipolygone, ich glaube, da haben wir eine gute Chance, dass wir die alle wegbekommen irgendwann und dass dann auch nicht mehr wesentlich neue entstehen werden. Ab und zu wird vielleicht jemand mal eine alte Anleitung irgendwo finden und deswegen was falsch machen, aber das mit der Zeit fällt das dann raus und dann ist das, glaube ich, das wirklich ein Problem, was mittelfristig ganz wegfallen sollte. Der normale Mapper wird dir diese Spezialkarte gar nicht anschauen. Der wird es also nicht merken. Das ist richtig, ja. Wenn das jetzt auf der Standard-Rendering rausfliegt, wird er es merken. Dann wäre es aber gut, wenn es dort auch quasi ein Layer gibt, wo das Ganze dann als Fehler sichtbar wird. Ja, das ist jetzt ein allgemeineres Problem, dass wir zwar lauter Tools haben, wo man Fehler sehen kann und die einem helfen, Fehler zu fixen und so, dass die aber nicht auf der Standard, also nicht auf osm.org irgendwie direkt sind, sondern verteilt auf lauter anderen Stellen und das ist ein anderes Problem, sage ich jetzt mal, wo man überlegen sollte vielleicht, wie kann man das mal angehen, wie kann man diese Tools besser integrieren, auch mit osm.org. Das hat so seine Vor- und Nachteile, dass wir viele verschiedene Tools haben, hat halt auch den Vorteil, dass es verschiedene Zugänge gibt, wie man das machen kann, wie man Fehler erkennen kann, wie man die darstellt. Manche Sachen lasse ich im Mapulet ganz gut fixen, andere im OSM-Inspektor, besser andere im Yosem-Validator und wieder andere im Osmose. Also das ist auch gut, diese Vielfalt zu haben, als macht es dem Anfänger sicher schwerer. Andererseits muss ich jetzt auch sagen, wenn ich einen Fehler im Multipolygon habe, wenn ich so einen Geometriefehler habe, dem Anfänger zu erklären, was da genau das Problem ist, ist auch sehr schwierig. Das heißt, es ist schon wirklich was, wo in vielen Fällen entweder die Editoren das halt einfach irgendwie automatisch richtig machen müssten, sozusagen unterhelfen müssen oder wo halt doch letztlich die Power-Mapper ran müssen und diese Sachen als doch wieder reparieren und die wissen auch, wo die Tools sind. Also ich hätte noch was, man sollte sich auch fragen, muss man ein Polygone überall benutzen oder Multipolygone? Es gab in der Nähe von Berlin einen Fall, da hat jemand dann Reihenhäuser genommen und dort klassischer Fall, mehr oder weniger jede Wand, oh, die kann ich ja doppelt verwenden, so nach dem Motto, die Trennwand dazwischen und hat dann aus dieser Reihenhaussiedlung mehrere Multipolygone gemacht. Das ist natürlich auch für die ganze Technik, ich sage mal so, sowas von komplex zu verarbeiten, macht in dem Fall keinen Sinn. Ja, also sehe ich genauso. Ich denke, also ich weiß und ich habe auch schon mit Leuten mich unterhalten, die das vertreten haben, diese Meinung, dass man das irgendwie so machen müsste, aber ich denke, der Konsens eigentlich ist im allergrößten Teil, dass man idealerweise, einfach einen geschlossenen Way verwendet, wo es irgendwie geht, dass man bei sehr großen Sachen, also jetzt eben Grenzen sind halt so typische Fälle, wo ich halt da sind eben Ways, da komme ich an die Way-Grenze mit 2000 Nodes, da geht es nicht anders, da muss ich das aufteilen, also da macht es auch irgendwo Sinn, dass man mehrere Ways verwendet und an sinnvollen Stellen aufschneidet. Und wenn der Rand noch einen Einzel-Tag im Teil hat, dann macht es natürlich teilweise auch Sinn. Genau, also teilweise auch, wobei man da auch dann wieder aufpassen muss, dass man nicht zu weit geht, ja, und man kann auch mehrere Ways einfach übereinander legen, und das ist sicher was, wo verschiedene Leute so ein bisschen andere Vorstellungen haben, wo genau die Grenze ist, an welcher Stelle fängt man an, kompliziertere Sachen zu bauen, aber ich glaube, der Konsens ist schon relativ klar, also bei sowas wie Reihenhäusern und so weiter, das macht keinen Sinn, da sollte man versuchen, möglichst einfach geschlossene Wege zu machen und all diese ganze Komplexität mit den Multipolygonen gar nicht erst anzufangen. Das ist in der Verarbeitung schwierig, aber ist auch in der Benutzung für den Mapper schwierig, wenn er da irgendwelche Änderungen machen möchte. Und die andere Sache ist eben noch, eben bei so Sachen, das ist was man bei Importen teilweise sieht, aber auch bei Leuten, die, ja, also sehr detailliert, die jetzt Landjus und solche Sachen gerne mappen, dass man, dass das dann Multipolygon unnötigerweise verwendet wird, was gar keine inneren und äußeren Ringe hat, also insbesondere auch nicht mehrere, also wo mehrere äußere Ringe zusammengefasst werden in einem Multipolygon, wo man einfach sagen könnte, das könnten auch getrennte Relationen sein, das wäre viel einfacher. Also man muss irgendwo bei allem immer daran denken, das Objekt, was ich da erzeuge, das Konglomerat von Objekten, die ich da erzeuge, wie kann ich das möglichst einfach halten, damit es einfacher zu verarbeiten ist. Wer hat denn schon mal bei dem Zeug hier mitgemacht, mal so einen von meinen MapRollet Challenges oder so? Ja, da ist ja noch ein bisschen was, das ist ungefähr die Hälfte, können die anderen, können ja auch noch ein bisschen aktiv werden. Also wir haben jetzt im Moment eben, ich versuche bei den MapRollet Challenges irgendwo, wie gesagt, mir Stück für Stück irgendwelche Sachen rauszupicken. Ich habe versucht anzufangen mit den einfacheren Sachen, einerseits für mich, damit ich erstmal lernen kann, wie der ganze Prozess funktioniert, wie die Leute auch mitmachen und so und andererseits für die Mapper, dass man vielleicht mit ein bisschen einfachen Problemen anfangen kann, gerade für die Leute, die jetzt noch nicht die Experten sind, da kann man vielleicht dabei auch lernen, bei den einfacheren Fällen und versuche Schritt für Schritt kompliziertere Sachen nachzuliefern. Andererseits, also gerade bei den Old Style haben doch viele Leute jetzt schon massiv angefangen, die Sachen zu fixen, ohne dass ich ein MapRollet drin habe, sondern zumindest zum Wahrscheinlich, nehme ich mal an, meine Übersichtskarte, die ich da vorhin gezeigt habe, auch und picken sich dann einfach irgendeinen Bereich raus. Also das kann man ganz gut machen. Es haben auch irgendwelche Leute magische Overpass-Queries gepostet, die man dann in seinen JOSM reintun kann. Das ist auch eine Anleitung. Ich habe die das alles mal zusammengefasst und eine Anleitung geschrieben, die ist auch auf der Webseite drauf, wie man also diese Old Style-Sachen in JOSM reinkriegt und relativ einfach dann filtern kann. Der JOSM ist echt genial, muss ich sagen. Also das ist auch, da habe ich jetzt auch wieder über JOSM einiges gelernt in letzter Zeit, weil ich teilweise solche Sachen irgendwie von Hand gefixt hatte mit viel Aufwand und dann irgendjemand sagt, ja, da gibt es aber doch diesen Menüpunkt und wenn du das genau so machst, dann macht der alles automatisch. Man muss ein bisschen gucken, ab und zu klappt es dann doch nicht ganz. Also man muss schon gucken, was er tut. Aber gerade eben so, wenn man sowas hat mit duplizierten Segmenten oder sowas, da genügen ein paar Klicks und der JOSM räumt das auf und baut einem korrekte Multipolygon da raus und so. Also das ist ganz gut. Wer ist denn hier? JOSM, Mapper? Gibt es irgendjemand, der was anderes benutzt als JOSM? Das ist der gelegentliche. Gelegentlich, ja. Das ist natürlich halt, ja, es war jetzt fast zu erwarten, die Leute, die zu sowas jetzt hinkommen, die sich für solche Themen interessieren, sind halt jetzt auch eben nicht die so Gelegenheitsmapper, die das nur mal so ein bisschen mit dem ID machen oder sowas und da, ja, ich sande auch der JOSM das Mittel der Wahl. Ja, ich weiß nicht, wie lange diese ganze Aktion dauern wird. Das ist auch immer so eine Frage, die ich bekomme. Ja, was ist denn, ja, wann ist denn das fertig? Was ist danach oder so? Was ist der Zeitplan? Das weiß ich alles nicht. Ich bin sehr begeistert von der Arbeit, die jetzt da gemacht worden ist von so vielen Leuten schon, wie schnell das geht. Ich hätte gedacht, dass es länger dauert, aber es ist immer noch sehr, sehr viel zu tun. Also wir haben immer noch irgendwie 200.000, mehr als 200.000 von den All-Star-Multipolygonen und auch wenn man das mal gut drin hat und da relativ schnell irgendwie durchkommt und ein paar Tausend da wegputzt an so einem Wochenende, das dauert halt dann doch noch eine ganze Weile. Also es wird noch sicher viele Monate dauern, bis wir mit dem Ding durch sind und danach gibt es ja dann auch immer mehr. Also jedes Ding, was man fixt, findet man neue Probleme, wie jetzt eben zum Beispiel, was wir vorhin schon hatten mit den überlappenden Flächen, ob man da mal zum Beispiel was nachschiebt und so. Also es gibt da sicher noch viel zu tun. Wir müssen halt mal gucken sozusagen, es wird nie den Punkt geben, wo 100% gefixt ist, aber wenn große Teile gefixt sind, dann irgendwann kommt der Punkt, wo die Software umstellen würden und das gibt dann ja auch nochmal einen Schub, wenn die Leute sehen, ups, mein Heimatwald hier ist auf der Karte nicht mehr draus oder irgendein Grund und so einfach mal sehen. Ich beobachte es immer weiter und ihr könnt ja auch weiter beobachten anhand der Statistiken, die da sind und ja. Wenn da irgendjemand weiter mithelfen will, Ideen hat und so immer gerne, jetzt zum Beispiel auch für spezifische Challenges oder sowas oder wenn jemand sagt, ich würde gerne in einem bestimmten Bereich irgendwas fixen und brauche irgendwie irgendwelche Datenextrakte oder sowas, ja, wo jetzt ein bestimmter Fehler noch besonders markiert wird oder sowas, dann bin ich auch gerne bereit, sowas zu machen. Ich bin auch in Kontakt mit einigen Ländern. Ich habe auch mit der, ich bin mal auf die Hotmailing-Liste zum Beispiel subscribt und denen zu erklären, wir machen hier diese Aktionen, was wir da machen, so zu versuchen, dass es verschiedene Unter-Communities, die es in der Welt gibt, die vielleicht spezifische Probleme haben in ihrem Land, ja, weil dann bestimmte Importe stattgefunden haben oder sowas, dass ich versuche, mit denen zu reden und denen zu helfen auch und zu sagen, okay, wir können dann für euer Land irgendwie einen Spezialfall machen oder sowas, um sowas zu machen. Also da bin ich auch gerne bereit und bin ich offen, da irgendwann so Sachen zu machen, wenn ihr da Ideen und Anforderungen habt. Wie spät ist es denn jetzt? Das ist dann sowieso, dann sind wir fertig, ne? Also mehr Zeit haben wir auch gar nicht und super. Also vielen Dank, dass ihr da wart und viel Spaß beim Polygone fixen. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.